Okay, ich weiß nicht was das für ein Symbol ist da, aber das könnte vielleicht ein Feind sein. Ach, der sieht mich nicht. Oh, natürlich schon gesehen worden, super. Ich renne nochmal schnell zurück in den Raum, wo ich hergekommen bin hier. Besser ist es. Hinten ist da irgendwer, oder? Verschissener Roboter, kack hier. Mann. Ja, ich sehe hier schon wieder schwarz, glaube ich. Es wäre schön, wenn du sterben würdest. Leck mich doch langsam am Arsch hier. Oh, fuck. Muss das jetzt sein? Muss die scheiß Knarre grad jetzt leer sein hier? Leck mich am Arsch. Ja, das heißt jetzt natürlich wieder warten. Ich dachte eigentlich meine Munition wäre voll, aber scheinbar doch nicht. Wie viele Roboter kommen hier? Meine Fresse, unglaublich. So, was haben wir denn jetzt noch an Waffen, die ich nehmen kann? Wir haben jetzt noch diverse Pistolen natürlich hier. Das ist alles leer, wie es aussieht hier. Wohl sechs Schuss. Ja, warum nicht? Scharfschützengewehr. Das wäre schön, wenn wenigstens das Arsch doch da hinten mal sterben würde. Danke. Wenens ist einer tot. So. Schau mal, der zweite geht auch so relativ schnell tot. Hier hinten ist er. Bestimmt leider so ein Spinner kommen hier. Wie gesagt, ich habe keinen Bock, es ist sinnlos zu sterben hier. Verzeiht es mir bitte, wenn ich jetzt ein bisschen langsamer spiele, wie gesagt. Aber ist hier hinten gerade noch so in Scherge gewesen. Ich glaube auch meine Empfindlichkeit von dem Spannschworn ist ein bisschen hoch noch, ja. Ja, hier hinten rennt tatsächlich noch jemand rum. Da hinten ist er. Ah, sehr schön. Wenn es etwas was klappt. Treffe ich den Typen überhaupt? Ja, sieht so aus auf jeden Fall. Ich weiß, ob die Jürgen eine Schwachstelle haben hier. Aber wie es aussieht, kann ich hier jetzt ganz gut treffen hier. Das blöde ist bloß meine Waffe ist jetzt alles. Das ist natürlich schlecht. Ich hoffe, dass der letzte jetzt von den Typen... Oh Mann, was ist denn hier los? Das habe ich überhaupt nie gewollt jetzt hier und so. Das nervt einfach nicht. Danke. Oh Mann ey. Ja, das ist nicht ganz ohne hier. Und wenn da mehrere Roboter kommen, natürlich. Natürlich können wir noch mehr von diesen Spaß dies hier. Ja, vielleicht sollte ich jetzt warten. Ah, hier ist schon der erste. Wow, den habe ich das Bein weggeschossen. Habt ihr das gesehen? Die Schrollflinde ist wirklich heftig, ey. Genau, ich glaube ich auch das Bein weggeschossen. Wow, ich schieße hier jedes Bein weg. Bein ab. Unglaublich. Ja, laden wir erstmal ein bisschen nach hier. Wie gesagt, ich versuche die Typen alle rein zu locken einfach. Ich hoffe, die kommen auch freiwillig hier. Oh ja, das ist schon der erste. Oh ja, das ist schon der erste. Wow, unglaublich. Der Typ da hinten geht, wird gesagt. Warum? Nein! Nein! Was ist das denn jetzt gewesen? Mal ganz im Ernst. Ich hasse dieses Waffen umschalten hier. Das ist... Das ist der größte Kritikpunkt bis jetzt hier. Oh ja. Tja, 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 tja. Ich bin jetzt hier. UNTERTITELUNG Untertitelung. BR 2018 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 Was ist denn das für eine Scheißknorre hier? Oh Mann. War's das jetzt? Ey, ich hoffe es ey. Aber die Mission, die hat mich jetzt bestimmt eine halbe Stunde gekostet, unter dieser Teil hier. Unglaublich. Shit, jetzt auch bloß nicht... Oh, fuck. Habe ich noch Munition? Ja, ich glaube langsam reicht es mir hier. Also ich war froh, dass ich gerade eben den Teil geschafft habe, jetzt aber... Oh Mann, warum? So, ja, sammeln wir mal den Rest noch ein hier. Ich hoffe ich sterbe jetzt noch mal. Das wäre ein bisschen blöd auf jeden Fall. Auf jeden Fall kommt da hinten noch ein riesiger Kampf geworden. Ich habe mich ordentlich auseinandernehmen wird, wenn ich nicht aufpasse. Ja, verschwinden wir auf jeden Fall mal. Oh Mann, langsam reicht es mir hier. Ja, immerhin müssen wir jetzt nicht mehr gegen 30 Mann auf immer kämpfen, sondern nur noch in Klammern gegen... Ja, ein paar. Oder einen Roboter. Oh Mann ey, warum? Ich hoffe mal, die Munition reicht noch aus, die ich jetzt habe hier. Ansonsten war ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall kann man den ganz gut betäuben, indem man hier... Ja, versucht halt... Ich habe ein Scharfschützengewehr noch, das ist das Einzige, was ich noch habe hier. Ich glaube, das stirbt jetzt. Ich habe ja wirklich alles drauf, was ich jetzt noch habe, also... Und der Typ scheint es nicht aufzugeben hier. Außerdem bleibt man hier an jedem Kack hängen. Ja, super auf jeden Fall. Super Aussichten auf jeden Fall, das kann ich euch schon mal sagen. So, Matpacks sollten wir vielleicht noch aufheben. Keine Ahnung, ob ich die nochmal brauchen werde dann. Hier haben wir noch irgendwo Munition gehabt. immerhin acht Schuss. Ich habe aber keine Ahnung, ob der Typ jetzt überhaupt tot geht hier. Wo ist der schon tot jetzt? Hat der sich gerade selber getötet? Nee, natürlich nicht. Ah, ich glaube, das war's. Oder auch nicht. Ja, das ärgerliche ist wirklich, ich habe fast keine Munition mehr hier. Ich glaube, es ist vielleicht besser, wenn ich einfach abhaue hier. Ich verpisse mich jetzt hier. Arschl. Ah, leck mich da, Marsch! Wieso klettert der diese Leiter hier hoch? Ich hoffe bloß, das ist jetzt ein Checkpoint gewesen. Ansonsten flippe ich hier aus. Ich habe weder noch große Munition, noch irgendwas anderes. Also, es ist richtig kacke hier momentan. Ja, immerhin. Immerhin so viel ist mir noch gegönnt hier. Scheiße, ich rum da trotzdem jedes Mal hier diesem Scheiß. Okay, ich versuch's nochmal. Wenn's nicht klappt, scheiße, ich versuch's einfach abzuhauen hier. Aber es geht nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ah, wahrscheinlich komme ich hier einfach nicht hoch. Das kann auch sein. Ich weiß nicht, warum ich mich hier so extrem schlecht anstelle, aber es ist einfach nur zum Kotzen hier, dieses Level. Es ist so verdammt scheiße schwer. Das glaubt ihr mir gar nicht. Ich habe keine Chance hier. Ich habe da eine halbe Stunde probiert jetzt. Jetzt bin ich immerhin zu diesem blöden Endboss gekommen hier. die ich wahrscheinlich töten muss. Ich habe immerhin noch die Laserknarre hier. Jetzt vielleicht noch ein Hoffnungsschimmer hier. Das ist aber auch das Einzige, was ich hier noch hab. Ich hoffe mal, ich kann den Spine wegschießen oder so. Was macht der hier? Fuck. Leck mich am Arsch. Mal ganz ernst. Da geht mir richtig auf den Sack, der Pisser. Das glaubt ihr mir gar nicht. Und der tut so, von los schießen hier. Jetzt habe ich zumindest auch noch keine Schwachstelle gefunden hier. Naja. Ich glaube, hinten war irgendwo, ich weiß nicht, ob ich es schon eingesammelt hab. Irgendwo, glaube ich, noch ein Upgrade gewesen, was ich wahrscheinlich schon nicht eingesammelt hatte. Ich habe es vorhin eingesammelt, aber ich weiß nicht, ob es noch da ist, jetzt. Naja, wie auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich den Typen auch, aber ich versuch's lieber gar nicht erst, den irgendwie zu hier zu ärgern mit diesen Hubschraubergeschützen. So, jetzt kann der da rumspringen. Unglaublich. Es ist auf jeden Fall richtig nervig, das Vieh. So, wo steht er jetzt? Die Frage ist, wo steht er jetzt? Unglaublich. Steht er jetzt über mir oder? Ah, ja, ist er. Ja, keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Ich hoffe bloß, dass er stirbt irgendwann mal. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn überhaupt treffe. Aber immerhin, wenn ich mich jetzt in Bewegung halte, trifft er mich eigentlich so gut wie kaum noch. Das ist das Gute. Ist er jetzt tot? Ich glaube, ich hab'n Tod. Sehr schön. Na, wenigstens etwas. So. Also, ich hab' jetzt schätzungsweise hier 80 Soldaten getötet am Stück. Aber ungefähr drei Kampfroboter tot gemacht hier. Keine Ahnung, wie viel es wirklich war. Drei oder vier Kampfroboter standen hier drinnen. Zig Soldaten. Also, ich hab' die Schnauze gestrichen voll. Das könnt ihr mir jetzt, äh, glauben. Auf jeden Fall. Also, das war die allerschwerste Stelle bisher und da übertreibe ich nicht. Die Stelle hat's wirklich extrem in sich gehabt. Das ist nicht lustig. Und das alles nur für ein paar beschissene Hubschrauber. Das ist einfach nur zum Kotzen. So. Wie gesagt, jetzt kann ich wahrscheinlich auch endlich mal die Treppe hoch, die vorhin nicht zu besteigen ging. Ja. War auch so ein bisschen unlogisch, aber naja. Von hier oben hätte ich den vielleicht sogar besser tot bekommen. Wer weiß. Aber so ist das nun mal, wie die Videospiellogik, ne? Ne Treppe kann man erst hochgehen oder ne Leiter, wenn man den Boss besiegt hat. Na, muss man dann zum Schneidtrenner wechseln hier. Ich hoffe nicht, komme ich jetzt beim ersten Mal durch. Sehr schön. Wenigstens etwas. Ach, das war ein Mist, ey. Meine Fresse. Gibraltar Brücke, ja. Es gibt bis heute noch keine Gibraltar Brücke. Was ist das hier? Was haben die hier gemacht? Lieg mal kurz. Sehr schön. Sehr schön. Ich hoffe, jetzt kommen die noch mehr psychisch beschissenen Roboter. Ja, nachdem ich jetzt wahrscheinlich 20 Mal gestorben bin. Wow, mit Hengenkleidern und mit Parakleidern kommen die hier rein. So blöd zum Fliegen, die Leute. Ja, Klaus. Klaus ist zu bescheuert zum Fahren. So, zum Glück kommen wir jetzt hier auf den kürzeren Weg hoffentlich zurück. Wirachsen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018